Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Wir holen uns hier nochmal ein bisschen Geld ab und dann geht es schon direkt ins nächste Level. Level Nummer 4 in den Fängen von Grievous. General Grievous Kapitel 4 in den Fängen von Grievous. Auf dem Weg zum Kriegsgericht auf Coruscant, wo er sich für seine Kriegsverbrechen verantworten sollte, konnte Vizekönig Newt Gunray in einer gestohlenen Fregatte der Republik entkommen. Jedi Meister Kit Fisto hat das Schiff im entfernten Vasek-System aufgespürt. In den Nebeln des dritten Mondes hat Meister Kit Fisto ein Treffen mit seinem ehemaligen Padawan Nada Webb arrangiert. Gemeinsam wollen sie den schurkischen Vizekönig festnehmen. Und dann wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Erstmal viel Geld. Sogar hier über meinem Schiff ist Geld. Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Ich dachte gerade, ich spawne wieder dort unten im Tod. Nein, das ist nicht. Ich habe den 10.000, der hat sich gelohnt. Das ist noch einer. Das schaffe ich ohne zu sterben. 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 Das geht doch gar nicht. Ihr habt gleich kein Geld mehr. Dann versuche ich es von hier. Das schaffe ich ohne zu sterben. Ich habe es. Ich bin überfordert. Ich bin wieder weg. Ich sage, ich schaffe es ohne zu sterben. Okay, hier hinten warten noch ein paar mehr Klone. Danke, Spiel. Ich spreche das gerne. Nochmal ganz kurz an. Jegliche Lags. Jegliche Lags. Also jegliche Lags, die ihr mitbekommt, liegen nicht an der Aufnahme. Sie liegen nicht an mir. Sie liegen am Spiel. Leider. Und das weiß ich daher, dass die Lags nur bei diesem Spiel vorkommen und bei keinem anderen. So, die befehligen wir mal. Zerstört das goldene Dart. Oh, Magna-Wache. Mit Raketenwerfer. Ach, Spiel den weg nicht so. Naja, war ja nicht mein Schiff. Achso, du kannst gerne sterben. Ja, nicht du. Das war falsch. Und ich bin tot. Toll. Nein. Hier, Raketenkluppler. Äh, Raketenklon. Okay, ist zerstört. Oh, da ist noch einer. Aber der kann genauso schlecht treffen wie ich. Komisch, dass man sich nicht selber umbringen kann. Und wo sind eigentlich die anderen Klone hin verschwunden? Das würde ich gerne mal wissen. Äh, ne, das kommt nach unten. So, das, nein. Das nach oben. Und das auch. Und Tür, öffne dich. Okay. Okay, da hing so eine Kiste zwischen der Tür. Ich war aber so nett und hab die Tür befreit. Oder die Kiste. So, die Kampfdroiden dort vorne sehe ich. Oh, zwei haben sie überlebt. Die haben aber Glück. Hätten die mich nicht angegriffen, hätte ich die vielleicht sogar am Leben gelassen. Aber nur vielleicht. Hätte ich mir dann nochmal überlebt. Äh, überlegt. Okay, eigentlich brauchen wir ja nur einen Teil davon. Das andere kann ich auch eigentlich dort an der Wand lassen. Oh, die hab ich nicht gesehen. Okay. So, dann laufen wir hier einmal in einem Kreis, um das Geld einzusammeln. Oh, wo kommst du denn noch her? Den Stuhl kann man nicht zerstören leider. Achso hier. Jetzt geh doch kaputt, du komische Kiste. Das muss ich ja eigentlich nur davor legen. Natürlich muss es auch stehen. Beim letzten Mal ging das. Und Tür. Geh auf. Oh. Okay, Magna Wachenkampf. Ich logge den Mann alle runter. So, das sind alle. Wo ist der Raketenklon? Da ist er. Er kommt mit. Alle herkommen. Und so. So. So, da kann man auf jeden Fall einiges gestören. Zerstören. Wie man sieht. Machen wir dann mal. So. Achso. Das hier habe ich auch noch nicht zerstört. Das gibt auf jeden Fall relativ viel Geld. Also es lohnt sich hier mal vorbeizuschauen. Und alles zu zerstören. So. Wir haben hier Einzelteile für Grievous. Geholt. Gefunden. Er sitzt dran. Danke. So. Ein Arm noch und der Körper. Okay, Grievous will ein Kampi kann er haben. Aber ich weiß natürlich noch wie man das hier machen muss. Und jetzt muss einer da an ihn ziehen. Und wir nehmen ihm ein Bein. Und noch ein Bein. Und er reißt die ganze Decke runter. Aber auch Geld. Oh, ein Lichtschwert. Ein zweites Laserschwert für uns. Aua. Warum explodiert das bei ihm? Und warum bei mir Licht? Au. Okay. Ein Leben noch. Und komm hier runter. Hier krabbelt ein Käfer rum. Hey, stehen bleiben. Neben renne ich hinterher. Wo ist denn jetzt hin? Er ist einfach verschwunden. Oh. Ich hör da unten was. Oh, ich wollte nicht runter. Nur weil ich dort unten ein Minikit höre, heißt das ja nicht, dass ich direkt hinterher springen will. Oh. Ah, da links sehe ich es aber. Und irgendwas konnte ich hier unten gerade mit der Macht machen. Okay, dann bauen wir uns ja erstmal kurz wieder einen Weg nach oben. Geht nicht. Jetzt. So, das sollte doch reichen. Zumindest für den Jedi. Und irgendwas konnte ich dort unten eben machen. Kann ich hier vielleicht drauf stehen? Nein. Ja, dort unten kann ich auf jeden Fall was machen. Okay, in dem Stein versinke ich. Kann ich vielleicht das Teil hier... Nee, kann ich auch nicht. Okay, der hat wohl seinen Spaß. Okay, keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich finde wahrscheinlich einfach den Punkt nicht. Kannst du vielleicht auch mal damit aufhören. Nervt doch langsam. Und ich habe die Treppe gar nicht festgemacht. Okay, dort vorne ist Grievous. Er wird repariert. Aber wir haben jetzt zwei Laserschwerter. Oh, was ist das denn? Du kannst gerne wieder rausgehen. Und das ist das Haustier von Grievous. Hau ab. Okay, jemand anderen verlästigen. Nein, nicht mich. Und, okay. Der hat mich geküsst. Aua. Okay, dann. Aua. So. Schnell. Irgendwas machen. Okay, ein Arm ist ab. Das ganz schnell nochmal machen. Ach, da hinten jetzt. Und Schwanz ab. Wo jetzt? Da vorne. Und diese Arme ab. Oh, tot sogar. Vielleicht. Bist du tot? Nein. Aber er hat nichts mehr an sich dran, außer seinen Kopf. Oh, das tut weh. Merke ich jetzt erst. Und der Kopf ab. Vielleicht. Der Kopf als Sack. Oh. 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 Ah, da findet es witzig. Gut, äh, da kommen neue Kampfguiden angerannt, aber erstmal Geld. Und das Geld war auf jeden Fall deutlich wichtig. Und wir haben leider wieder nur ein Laserschwert. Hat Spaß gemacht mit den Zweien. So, wer will sich mit mir anlegen? Sieht aber nach Ende aus. Oh, da kommen am Ende nochmal zwei Magna-Wachen. Ihr könnt es ja gerne versuchen. Die werden es aber leider nicht schaffen. Okay, dann schieben wir das hier, ähm, mit Wisto kann sein neuestem Fliegen. Ne, ich, ne, ich glaube, ich stand, ja, ich stand hier oben drauf. Auf dem, äh, auf diesem Gitter hier. So komisch ist er, dass man dort ausschieben kann. Oh, toll. Ja, ich schmeiß dich mal in deinen Freund rein, ja, damit nicht. Ah, gut, so einfach geht das. Ob wir vielleicht noch wahre Abenteurer scha- Äh, wahre Abenteurer, wahre Jedi schaffen. Wäre auf jeden Fall schön. Ja, hier liegt aber nicht mehr allzu viel rum. Ah, sieht schlecht aus. Okay, dort oben ist auch ein Zehntausender. Und hier können wir auch noch was aufbauen. Vielleicht der da mit. Wir setzen das hier mal dort drauf, falls das geht. Ja, das geht. Nein, lass das drauf. Dann stecken wir das hier mal ein. Ah, ist gar nicht mehr drauf. So, das hat sogar einen Minikit gegeben. Das war aber vielleicht, obwohl, nochmal reinstecken. Ja, okay. Und. Ja, war, okay, geschafft, gut. Wir sind wahrer Jedi in diesem Level. Und was nun? Na toll, haben wir General Grievous gerufen? Oder? Er kann, du kannst gerne wegbleiben. Okay, nee. Hau ab, hau ab. Du triffst mich nicht. Nach vorn kommt ein Schiff. Hol uns ab, hier sind wir. Aua, daneben. Nein, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Egal, war er Jedi, kann er uns eh nicht mehr nehmen. Ach, der trifft mich eh nicht. Okay, 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 okay. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Wir warten ja. Ach, da ist das ja schon. Okay. Ich bin dann mal weg. Ja, irgendwie wird. Wie hat der mich denn jetzt noch getroffen? Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Kit, Fisto, haben wir bekommen. Nada, Web. Commander, Phil. Klonkrieger, schwere Waffen. Und endlich mal wieder, warer Jedi. Und ich überspringe es trotzdem einfach mal. So, 500.000. Ein Minikit. Und zwei goldene Steine. Das macht jetzt insgesamt acht Stück. Mit zehn konnten wir ja, glaube ich, in ein ganz neues Gebiet. Aber das dauert noch ein bisschen, vielleicht nach dem nächsten Level. 10,9 Prozent haben wir insgesamt schon. Und Spielzeit sind... Zwei Stunden. Ja, könnte gut hinkommen. Gut. Hau ab, ich kaufe dich nicht. Sonst kaufe ich dich gleich noch aus Versehen, weil du mir einfach zu nah gekommen bist. Gut. Hier machen wir dann aber... Haut doch mal alle ab. Hier machen wir dann aber im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.